Was ist eigentlich ein Ashcan Movie? Es würde doch eigentlich niemand einen Film drehen, der direkt für die Tonne produziert würde, oder? Doch, und zwar aus den üblichen Gründen für geisteskrankes, unlogisches Verhalten im Filmbusiness, rechtlicher Bullshit. Denn wenn im Unterhaltungsbusiness die Rechte für eine Comicverfilmung oder für eine Buchverfilmung eingekauft werden, dann gibt es immer eine Deadline, also einen Zeitpunkt, bis zu dem der ganze Film umgesetzt und produziert werden musste. Wurde bis zu diesem bestimmten Datum kein Film produziert, dann fallen die Rechte an den Autoren zurück und er darf sie theoretisch erneut an irgendjemand anderen verkaufen. Was macht eine Filmproduktion also, wenn sie rumgetrödelt haben und die Deadline rückt näher und näher und näher? Ja, sie drehen einfach irgendeinen billigen Schrottfilm, der nie ernsthaft rauskommen soll, nur damit sie die Rechte behalten. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist der sagenumwogene Marvel-Film rund um die Fantastischen Vier, der 1994 von der Produktion von Roger Corman gedreht wurde, aber nie offiziell herauskam. Konstantin Film, die den Film in Auftrag gaben, hatten einfach Angst, die Rechte an den Fantastischen Vier zu verlieren und drehten diese Perle des Trash-Films, damit sie später eine richtig aufwendige Verfilmung machen konnten, die dann allerdings genauso scheiße war. Ashken-Filme sind aber gar nicht mal so selten. Der letzte Hellraiser-Film Revelations wurde innerhalb weniger Wochen runtergerotzt, damit die Weinstein Company die Rechte an Hellraiser behalten darf und die möchte sich nämlich in der Zukunft um ein aufwendigeres, richtig gutes Reboot kümmern und möchte deswegen die Rechte behalten. Revelations war übrigens so scheiße, dass der Film vom Hellraiser-Autor und Clive Barker persönlich verstoßen wurde. So schlimm muss es nicht immer kommen, denn auch X-Men First Class und The Amazing Spider-Man wurden hauptsächlich deswegen produziert, weil die Studios Fox und Columbia nicht wollten, dass die Rechte an Marvel zurückfielen. Aus diesem Grund wird es dann leider wohl auch keine Gastauftritte von Spiley bei den Avengers geben und auch Wolverine und Co. bleiben brav in ihrem Fox-Universum. Liege Bullshit auf Kosten der Fans. Ja, jetzt wisst ihr also, was Ashken-Filme sind. Wenn ihr noch ein bisschen weitergucken wollt und was dazulernen wollt, dann klickt doch einfach hinter mich und damit das einfacher der Fall sein kann, geht einfach mal kurz aus. Tschüss.